Musik Damit herzlich willkommen zurück zum Fußball-Manager 2018 in unserer Karriere hier mit dem AFC Tubizo und wenn ich so lache bei einer Einleitung dann ist das, weil wir gerade absolut überragend dastehen anders kann ich das gar nicht sagen als Aufsteiger hätte ich mit vielem gerechnet aber sicherlich nicht damit, dass wir aktuell die Liga so von oben herab dominieren, muss man ja fast schon sagen zumindest in den 3D-Spielen in der Sofortberechnung werden sicherlich die Rückschläge sich bald einstellen aber die 3D-Spiele machen tierisch Bock was eine geile, junge, talentierte Mannschaft ich bin gespannt, wer euer Spieler des Spiels im letzten Spiel war für mich war es Vitinho obwohl er hier nur ein Tor geschossen hat und angeblich keins vorbereitet hat aber irgendwie hatte ich doch das Gefühl dass der einiges inszeniert hat Kühn zwei Tore, zwei Vorlagen Sancho zwei Tore eiskalter Vollstrecker Mangala gut Meier mit einer Vorlage Bus geht es als Abräumer auch absolut überragend Verlad auch wirklich Bombe und ich habe ihn noch vor ein paar Parts zum Problemkind in unserer Abwehr ernannt weil er immer nur rumgeheult hat wegen Neuverpflichtung und jetzt dominiert er unsere Abwehr ist schon krass also das Team ist einfach nur geil die anderen Ergebnisse Brügge verliert 0 zu 1 gegen Eupen Ostende 2 zu 2 gegen Kordrick KRC Gang verliert 0 zu 2 gegen Anderlecht Exel 0 zu 2 Niederlage gegen Sulte Waregem Standard Lüttich 3 zu 0 Sieg gegen Mechelen Royal Charleroi 2 zu 0 Sieg gegen Varsland Bewerin Sventry Dense 2 zu 0 Sieg gegen Antwerpen 24.199 Zuschauer sehen unseren Sieg 6 zu 0 das ist krass alter Schwede 13 Punkte ist natürlich immer noch alles sehr sehr eng beieinander ja aber so kann es gerne weitergehen ich habe da nichts dagegen in der Hälfte des Tages Jadon Sancho Nicolas Kühn Uriel Busquets und das war es von uns aber reicht doch auch Sancho zum Spieler des Dings wie gesagt 750.000 Leute überragend das war da war jeder Cent ist da gut investiert einfach nur eine Granate eine Granate und er ist auch in Hochform einen Tag verletzt aufgrund der Grätsche aber das ist schnell weg hoffe ich wie gesagt wir machen jetzt noch das Spiel gegen Ostende per Sofortberechnung auch wenn die gerade vierter Platz sind ist das eine Sofortberechnung ich habe die Mannschaften genannt die ich im 3D Spiel mir angucken werde geil einfach nur geil auch wenn jetzt wie gesagt jetzt schon vielleicht gegen Ostende per Sofortberechnung dann Schluss ist mit der Erfolgswelle aber ja macht trotzdem Bock ich hoffe ich kann das in der nächsten Aufnahme Session auch noch sagen aber richtig geil richtig geile Truppe dddd so GPRESO kommt auch bald zurück Busquets hat ihn aber würdig vertreten würde ich mal sagen ihr seht hier muss ich auch wieder neu sortieren neue Aufnahme Session sage ich ja beziehungsweise ich musste die Aufnahme neu starten Klostermann wechselt für 24 Millionen zu Hoffenheim Jose Gaya geht zu den Tottenham Hotspurs für 18 Millionen Anderlecht verkauft für 12 Millionen Dendonga den besten Spieler des Teams holen noch ersichtlich keinen Ersatz Mandzukic zu Valencia Joe Gomez zu Wotford Anderlecht hat hier Leskowitsch geholt Innenverteidiger ist aber kein direkter Ersatz vielleicht haben sie den auch intern schon warten wir mal ab Spielervorstellung Egestein Kühn ist darüber verärgert Die Jugendspieler nehmen wir auch noch mit Früchtl geht garantiert nicht zu Gank So jetzt haben wir auch im Sturm Ersatz falls dann jemand mal ausfallen sollte Überragenden Torriecher hat er schon Und da haben wir auch jemanden der die Elfmeter schießen kann wenn er denn in der Stadt elfmal ist wir nehmen ihn auf jeden Fall mal mit Kade ist noch ein Jahr jünger der wird noch geduldig bleiben Kann uns dann auch den Flügeln helfen falls da was passiert genauso wie Niles der aber eher vorwiegend Verteidiger spielen soll So würde ich sagen Geh mal weiter Wir wollen ja das Spiel gegen Ostende haben Finanzen Alles noch okay Wenn wir jetzt die Baukosten noch bald erhöhen können damit wir da noch was tun können wäre das wunderbar Sechs Gegentore Wir fangen natürlich viele Gegentore Anderlecht hat zum Beispiel nur eins gefangen Aber bei denen ist jetzt auch Dendonga weggegangen Mal gucken ob danach die Verteidigung auch noch so sicher steht Und Anderlecht hat auch noch nicht gegen uns gespielt Wir haben schon einige Vereine gerade live vermögelt Wir haben dafür aber auch eine absolut grottenschlechte Jugend Also da wird in den nächsten Jahren erstmal noch nichts kommen Aber wir haben ja auch erstmal noch eine junge Mannschaft Von daher verkraftbar Die hält noch ein paar Jahre So auch das muss ich alles ablehnen Das ist alles nicht sonderlich lukrativ Wenn ich schon Deutschland abgesagt habe Dann gehe ich sicherlich nicht nach Japan, China oder irgendwas Korea Das stimmt nämlich die Jugendarbeit überhaupt nicht Und da kommt nichts nach in der Nationalmannschaft Und ich will momentan einfach den Fokus auf Tobice legen Während die Transferperiode bald endet Wir gucken gleich nochmal hier Wie das aussieht mit unseren Leihspielern Ob die alle spielen Wie viel die gespielt haben, wie gut So, Ostendel Hanemeier, Stärkste Boah Form von 19, das ist ein Tier Nathel ist auch in Form hoch Die können wir gar nicht alle einbinden Freenoy ist in Form hoch Wie soll man den denn einbinden Kann auch Linksverteidiger Ne, lass mal die Aufstellung erst mal so Minal kommt maximal rein für Bark Bim, 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 bim Ja, lassen wir es erst mal so So, gucken wir mal Alle nochmal auf Leergang schicken Wir haben noch 5,5 Millionen Haben wir uns erwirtschaftet Und noch ein paar Spiele, die wir verliehen haben Die wir auch nächstes Jahr verkaufen könnten Wie Edwards und Maddox Ich sag ja nur, ne So, Feriencamp Kriegen das Ding schon wieder nicht voll Ärgerlich Auf dem Transfermarkt wird eh noch nichts Neues sein Unsere Leihspieler Haben alle gespielt Maddox dreimal Marcus Edwards zweimal Einmal getroffen Heißt das, Maddox hat jetzt gar nicht mehr gespielt Seitdem der Dings da ist Pellegri hat auch noch gar nicht gespielt Für Ohaloyven Nur in dem Freundschaftsspiel Und Akanyak Ein Spiel nicht sonderlich überzeugend Aber ich hoffe, das kommt noch So, Egestein Kabushabaka Turunarigal So, ist nur 13 Tarn Zuletzt Früchtl Sensationell Ist ja auch in Form hoch Genauso wie Bark Zvilar Genauso Mangala Auch ein absolut genialer Transfer Busquets verbessert Busquets verbessert sich jetzt in Fernschüsse auch noch dazu Also wird auch da besser Na komm, Hack und Egestein Bitter Wieder gut trainiert Und damit hat man alle Gespräche So, in der Jugend können wir einfach was tun Da ist der Flaming diesmal dran Ist trotzdem noch weit entfernt So, gucken wir uns mal den Gegner an Stürmer sagt mir gar nichts Gündogan, Lomberts Okay, die haben eher hinten ihre Stärke Schauen wir mal Im nächsten Spiel ist dann Fri Äh, Eter Wieder Verfügbar Nach seiner roten Karte Und Sperre Auf geht's Würde ich sagen Ich will die Aufnahmesession Nicht noch länger machen Bin echt schon ein bisschen kaputt Jetzt wieder Gras fressen Heute Leute Leute Erste Verletzung Beim Gegner Halbzeit Kaum Chancen Keine Tore Ich sag ja Sofortberechnung Ist nicht mehr ganz so lustig Wir versuchen natürlich Trotzdem zu gewinnen Fri Nur überragend Zwila Okay Mangala Muss mehr kommen Friedl und Verlad Loben wir noch Oder motivieren Wern auch besser gesagt Und Kühn geht raus Egestein Feiert sein Debüt Betinho geht raus Und Abusha Paka Kommt rein Sancho Auf rechts Außen Und Natei Kommt rein Und Arne Meier Auf die 6 Mangala Als Spielmacher Voller Offensivpower Mit 3 Spielmachern Jetzt Jadon Sancho Mit dem 1 1 zu 0 Kommt schon Bitte 3 Punkte holen 3 Punkte holen Yes Auch mal zu 0 Wieder mal 2. Spiel hintereinander Zu 0 Sehr gut Natei wieder mit 1,0 Überragend Ja Kann man so machen 6. Spieltag Wir drohen Immer noch Von Platz 1 Royal Antwerpen Verliert 1 zu 5 Gegen Standard Lüttich Eupen Gewinnt 2 zu 1 Gegen Zentrui Dense Anderlecht Gewinnt 2 zu 1 Gegen Gent Der nächste Dämpfer Für den Meister Solte Varigen Gewinnt 2 zu 1 Gegen KRC Gangt Die absolut Krotten Schlecht In die Saison Gestartet Sind Mechelen 3 zu 3 Gegen Royale Schalaura Waslan Beveren 2 zu 3 Gegen Brügge Und Kordrick Verliert Gegen Excel Dem Office Programm Ja So langsam Können wir sagen Dass wir uns hier oben Schon 7 Punkte Erarbeitet haben Das ist gut Auch wenn hier Mit Gent Und Gang Noch 2 Granaten Natürlich warten In der Elf des Tages Natei Und Free Neu Immerhin Immerhin Fouquet Schon wieder Natei Sogar zum Spieler Der Woche Wieder gewählt Also Bei uns läuft's Aktuell Ja Muss man doch Einfach mal So festhalten Würde ich sagen Er macht Bock Macht tierisch Bock Wie gesagt Am liebsten Würde ich die Aufnahmesession Gar nicht beenden Aber ich merke auch So langsam Dass die lange Aufnahmesession Wieder so ein bisschen Zieht So Palko Dada Ist bei Flanken Besser geworden Palkontrolle 70 Wo ist denn Flanken 69 Das geht noch besser Kühn Ist stärker Robuster geworden Da gucken wir auch mal Auf die Robustheit 66 Nehmen mal die Vollis raus Und die Robustheit Mit rein Weil die schneller Stärker wird Ha Die Robustheit Wird schneller Stärker Wat ein Wort Witz Witz du Ey Wat ein Genie Hier am Mic So David Jarolin Macht auch gute Arbeit Als Sportdirektor Würde ich mal behaupten So das können wir eh nicht machen Wie sieht es aus Können wir die Finanzen schon erhöhen Dann warte mal bis der Monatswechsel kommt Wir auch die neuen Marktwerte haben Und vielleicht auch mal noch neue Transfers anfragen können Weil dann neue Spieler verfügbar werden So Tollcan Wechsel zurück zu Hoffenheim Oxford Zu Stoke City Barkok Zurück zu Gladbach Ne Stimmt gar nicht Egestein zu uns Regesel Ja eben angesprochen Wenn man als Junge zu viel will Geht nach Hannover Jadon Sancho erreicht Trainingsziel Der toppt momentan alles Und das Spiel gegen Muscron Nimmer jetzt nicht mehr mit rein Glaube ich Sondern in die nächste Aufnahme Dass wir da geschmeidig reinsteigen können Gegen das Office Programm Speichern immer gut Obwohl er erst vor kurzem abgestürzt ist Der wird nicht so schnell hintereinander zweimal abstürzen Es wird keinen geplanten Transfer mehr von mir geben Deswegen Ruhe auf dem Transfermarkt Trügerische Ruhe? Es wird sicherlich viele Anfragen Für unsere Spieler wieder geben Könnte ich drauf wetten Aber die gebe ich nicht weg Nicht am letzten Transfertag Wo ohnehin nur billige Sportpreise gezahlt werden So Dann auf Schnelle Berechnung Sind wir mal gespannt Noch keine Anfrage für uns Da kann ich mir auch nicht vorstellen Dass das bleibt Oder haben endlich alle aufgegeben Unsere Spieler haben zu wollen Weil sie wissen Dass wir sie nicht weggeben Aber es passiert allgemein noch gar nichts Das ist sehr verwunderlich Habe ich noch nie erlebt Dass hier nichts war James Wilson Sabitzer 22 Millionen Wird hier immer günstiger Linde Löw Lucas Hernandez Und Kenny Tete Doch nochmal ein bisschen was los gewesen Toro Nariga 4,3 Der stößt hier bald an die Spitze Die Jupiler League sucht ja eh noch einen neuen Star Nachdem ja Bailey Die schon etwas länger jetzt weg ist Und jetzt auch der von Anderlecht Gegangen ist Gucken ob einer von uns das Fenster füllen kann Vielleicht ja auch Jadon Sancho Der kommt auf jeden Fall sehr sehr nah ran an Leon Bailey Die Hehehe Whatsapp kümmere ich mich gleich drum Ist ja jetzt eh nur noch der eine Tag-Sohn. Sancho, 71 Stärke, 750.000 und der wird noch viel, viel besser. Verlatt, Ablöse frei und der wird noch viel, viel besser. Mangala, 600.000 und der wird noch viel, viel besser. Vitinho, 700.000 und der wird noch viel, viel besser. Ich bin begeistert von unseren Transfers, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut geiles Team. Absolut geiles Team. Da weiß man manchmal gar nicht, wen man alles aufstellen soll. Man kann nicht alle aufstellen, die man aufstellen will. Boah, da treffen zwei angeblich sehr formstarke Teams aufeinander. Nathai muss auf jeden Fall spielen, dann kriegt Mangala kurz eine Pause. Bark ist in Form hoch, dann kriegt Hak die Pause, obwohl eigentlich, wie gesagt, ich nicht zwei Rechtsflügel nebeneinander haben will. Er hat eine zwei und Bark hat gar nichts. Dann tauschen wir gerade die Seiten bei den beiden. Itter ist wieder spielberechtigt. Aber ich glaube, er hat eine Form hoch. Kade von Egestein ist auch schon bei 66, dann fängt er heute mal an. Fungenehmer noch mit, seit wir doch nochmal da auch wechseln müssen und Spielpraxis vergeben können. Ich hoffe, ich lasse das beim nächsten Mal auch so. Wie gesagt, neue Aufnahmesession, da werde ich immer ein bisschen vercheckt sein am Anfang. So, er, der fast alles spielen kann. Kriegt hier nochmal die Ausdauer geleert. Die wird sich auch relativ schnell füllen, hoffentlich. Angebot für Miles abgelehnt. Ja, da wäre ich aber noch gesprächsbereit, wenn man den gewinnbringend verkaufen können wieder. Ist einer, bei dem könnte ich drüber reden. Es werden sicherlich noch Leute dazukommen. Ne, wisst ihr schon. Forderung auf Marktwert und dann ab nach oben mit den Preisen. Bam, 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 bam. Maya, Sancho, hier unser Trio. Übelst talentierte Leute dabei. So, Akanyak spielt weiterhin nicht wirklich oft. Pelegri hat jetzt zum zweiten Mal gespielt, aber keine Note bekommen. Aber egal, Hauptsache, die spielen so ein bisschen. Auf dem Transfermarkt sind immer noch die alten Spieler. Plus Bacali ist neu dazugekommen, das sehe ich schon. Aber ich hätte gerne hier so ein Fita-Arp, ne? Aber nicht per Laie. Vielleicht im nächsten Jahr, ne? Wobei wir das Geld schon fast hätten. Also können wir jetzt auch keine Transfers mehr machen. Ist ja auch nicht schlimm. Können wir uns im nächsten Part drum kümmern. Das hier müssen wir dringend auch ausbauen. Aber dafür brauchen wir, wie gesagt, Finanz- und Infrastrukturgeld. Das fehlt uns aktuell. Das Infrastrukturgeld. Kriegen wir vielleicht jetzt hier alle Felder voll? Oh nein, schon wieder nicht. Ein Feld fehlt. Ist das denn ernst? Warte, ich wollte hier nochmal reingucken. Weil Spieler dessen Verträge auslaufen. Erstmal natürlich. Achso, ja, wenn es eine neue Aufnahme zwischen war, ist klar. 26 Jahre weniger. Oder erstmal alle Vereinslosen. Gucken wir mal. Ist da noch was übrig? Nur der Torwart. Schade. Nix Neues. Verfügbar geworden. Dann hier vermutlich auch nicht, ne? Leifers. Kein Spielerbild. Uninteressant. Abel Ruiz. Würde ich, wenn dann nur Ablöse frei haben wollen. Pertu. Kapune. Nö, nix. Und so offen zum Kauf. Was ist da neu dazu gekommen? Und überragend. Spend some time back to with me. Oh, oh. In time after time. I wonder when you wish it to me. I'm gonna tell you right now. Irgendwie nix. Dann haben wir noch die Spielergespräche für den Zukunftsmenschen hier. Direkt mal die Robustheit erhöhen bei Egelstein. Wie geht's dir, Junge? Kader, du kriegst deine Spielzeit auch noch, keine Angst. Wir brauchen nun mal den breiten Kader. Super letztes Spiel. Free neu. Vitinho, du musst dich langsam drehen, sonst wird's für dich auch eng. Wobei du im 3D-Spiel sehr überzeugt hast. Toro Nariga aktuell auch noch nicht so auf dem Einsatz gewesen. Aber seine Zeit wird natürlich wieder kommen. Wenn da nicht die ganzen im Formhof sind, dann geht das schneller als man denkt. Barg können wir nicht für seine Form loben, obwohl der im Formhof ist. Okay, muss ich nicht verstehen, aber gut. Jadon Sancho, großes Lob. Wieder mal. Friede. Friede. Und auch Itter. So, hat sich dadurch was geändert? Nö. Ne. Gut. Busquets, 65. Dann ist alles gut. Dann ist alles wunderbar. Die Mannschaft macht Bock. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Bock auf die Karriere. Daumen nach oben, wenn dem so sein sollte. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Gerne auch Kommentare abgeben. Wie fandet ihr die Transferperiode und unseren Saisonstart? Ich denke, da kann es eigentlich nur eine Meinung geben, aber die könnt ihr gern kundtun. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt für Transfers, jetzt haben wir genug Zeit, schon mal Transfers für den Winter vorzubereiten. Ihr habt eben die Spieler gesehen, die verfügbar sind. Vielleicht ist euch da einer aufgefallen, wo ihr sagt, der passt wunderbar in dieses Konzept hier rein. Mit jungen Spielern und teilweise auch ab und an mal an Erfahrenden wie Hack oder auch Verlad. Wobei Toneri jetzt auch schon mit 21 fast erfahren und so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video teilt auf Facebook, auf Twitter. Ein Abo dalasst, falls ihr neu seid und kein Video verpassen wollt. Ansonsten könnt ihr in der Videobeschreibung die Datenbank auch noch finden und auch einen Link, wo ihr das Spiel günstig kaufen könnt. Und zudem natürlich auch alle meine Links zu den anderen Social Media Kanälen, wo ihr mir folgen oder mich dort abonnieren könnt. Außerdem ist dort ein Link zu meinem Games-Kanal. Falls ich dort mal wieder ein anderes Spiel als den Fußballmanager aufnehme, wird das dort zu finden sein, wenn es nichts mit Fußball zu tun hat. Und ansonsten natürlich auch ein Link zu meiner Homepage, healfaktidee-blog. Dort würde mich ein Besuch sehr freuen. Könnt ihr nämlich das Video auch gucken, wird dort immer eingebettet. Und ihr verpasst auf der Seite gar nichts mehr, denn dort ist auch mein Podcast gehostet. Dort ist alles. Das ist quasi meine Heimat. Und dort kann ich auch Geld verdienen, was mir hier auf YouTube nicht möglich ist. Wie gesagt, da erst ab 1000 Abonnenten, die ich nicht habe, wäre eine Partnerschaft möglich. Außerdem habt ihr auf der Homepage die Möglichkeit, links oben einmalig eine Paypal-Spende für mich zu hinterlassen. Gerne. Aber geht natürlich auch mehrmals, aber einmalig wäre schön. Ihr könnt euch den Betrag selber aussuchen. Von 1 Euro bis 50 Euro kann man den Schieberegler verwenden. Und glaubt mir, wirklich jeder Euro hilft. Im nächsten Part, in der nächsten Aufnahmesession, dann Spiele gegen Muscron und Kordrick. Und dann direkt das Spiel live in 3D gegen den kriselnden Ex-Verein von uns aus der FM70. 15 Karriere KRC Gank. Also wieder jede Menge gebotene Abo dalassen, um nichts zu verpassen. Und auch wieder beim nächsten Mal einschalten. Für euch sind es ja nur zwei Tage. Für mich vergehen jetzt ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate. Wie gesagt, ich nehme es schon mal noch im Voraus aus. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich beim nächsten Mal, wenn ich euch hier wieder begrüße, total verwirrt bin. Ich hoffe trotzdem, ihr könnt mir helfen und ein Abo dalassen, sowie ein Daumen nach oben. Einen Kommentar teilen, auf der Homepage vorbeischauen. Alles hilft. Ich bedanke mich und bin raus. Ciao, ciao, euer Heel Fakti. Bis zum nächsten Mal.